Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts verfehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der... Es ist zu weit, Graves. Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Wer weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich? Cabron! Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Oh, what the fuck. Graves, was soll das? Hände weg! Klamm doch mal! Alter, was soll denn der Scheiß jetzt? Das soll mal einer verstehen. Was zum Teufel? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Das war ein Mistkerl. Findet sie! Geil. Einfach geil. Hättet so schön sein können. Soh, dass er mir kommt! No! 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 Du. Ich check it. Achter auf die Mieten. So start. Schicke einen Transporter für die Gefangenen für eurer Position. Bereit heilt... Auf Verstärkung! Nördlicher Platz! Hier ist Bravo 7.1, sende blind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7.1. Kannst du mich hören? Fuck, wo steckst du, Ghost? Ja, das wäre super und sie machen blutige Razzia und uns geht's halt gar nicht gut. Park! Hier ist Ghost, hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot. Naja, bin fast tot. Kann ich denn irgendwie aufstehen? 2-0. Wir wollen alles absperren. Ghost, Soap oder Hassan hier sind in Kompon. Bist du verletzt? Naja, was macht das für einen Unterschied? Was macht das für einen Unterschied? Ob du lebst oder stirbst. Behalte dein Blut bei dir, du wirst jeden Tropfen brauchen. Danke für den Tipp. Naja, super. Warum haben sie die alle umgebracht hier? Apotheke wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Dort aus oder links? Da los, hier lang. Wo bist du? Da ist deine Kirche. Bin auf dem Weg dorthin. Wir treffen uns dort. Du musst improvisieren, um zu überleben. Graves und Shadow sind auf einem Amoklauf. Suche nach Hassan. Nach Hassan und uns. Ja, es ist ganz schön aus dem Ruder gelaufen. Hinten stehen auch welche. Alter, da steht eine ganze Armee. Tu es. Scheißdreck. Was zum Teufel? Toll, und was mit dem Rest? Geh besser nach drinnen, falls du es noch nicht bist. Bietet mir Deckung. Ja. Nach drinnen. Du bist gut. Zieh mich doch. Gut, ich wäre jetzt drin. Kein Glück. Verschlossen. Versuch nach Vorräten. Dinge zum Bau von Hilfsmitteln. Willkommen im Guerillakrieg. Verdammte Scheiße. Armer Kerl. Hinten liegt noch mehr. Was genau ist es? Ich habe ein Ventilatorblatt rausgebrochen. Umwickle das Blatt mit dem Seil und brich damit die Tür auf. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Rechen lassen. Und was für den Effekt hat da bei dem Seil? Naja, mal sehen. Das Ventilatorblatt ist im Arsch. Bist du durch die Tür? Ja, bin ich. Gut. Halte die Augen offen. Du wirst noch mehr hilfreiches Zeug finden. Somos la Polizia. Quien te creste que eres? Lass das. Soll ich da lang gehen? Nimm das Kind und bring es hier weg. Okay, na los. Komm schon. Folge mir. Und was haben wir hier? Soll ich nicht rein? Beide. Tenemos Mas Polizia. Bullen, die fürs Kartell arbeiten. Was? Sagen wir ihnen, was wir von Korruption halten. Mit Vergnügen, Sir. El sin nombre. Los matará por esta. Okay, wir haben nochmal Metall gefunden. El sin nombre está de no bueno, amigo. El sin nombre está de no bueno, amigo. Es cortará la maldita cabeza. El sin nombre está de no bueno, amigo. Anzünden. Bring sie hier raus. Und führt sie zu den anderen. Wird gemacht, Commander. Shit. Diese Narcos sind Kriegsherren. Die Menschen hier tun alles für sie. Samthornschuhe helfen ihr nicht. Wenn sie Hassan verstecken, treiben wir ihn raus. Okay, die sind draußen. Achtet auf die Briten. Bringt sie mir tot oder lebendig. Ihr wisst, was mir lieber ist. Ja, ja. Toll. Okay, dann bleiben wir hier mal ganz unten. Aber ich glaube, ich komme hier nicht rauf, oder? Na toll. Geil. Und er lauft hier rein. Ich schaffe Waffe, um Feinde zu töten. Ja, was du nicht sagst. Komm, geh wieder weg. Okay, er ist weg. Bring sie hier raus. Und führt sie zu den anderen. Wird gemacht, Commander. Diese Narcos sind Kriegsherren. Die Menschen hier tun alles für sie. Samthornschuhe helfen ihr nicht. Wenn sie Hassan verstecken, treiben wir ihn raus. Wenn ich jetzt hier unten bleibe und Erd dann reinlauft. Okay, schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, der Trigger, als ich da vorne gewesen bin. Okay. Zum Teufel aber auch. Fuck. Scheiße. Was haben wir hier? Stirnlampe. Hat eine Stirnlampe gefunden. Geil. Nicht weit weg von ihrem früheren Besitzer. Gut, aber pass auf. Sie könnte Aufmerksamkeit erregen. Gibt's was Neues? Die Seltener töten alles und jeden. Kriegsverbrecher. Ich würde nur zu gerne auch ein paar Kriegsverbrechen begehen. Durannei. Sie werden büßen. Willst du, wir bekommen grünes Licht, um sie zu jagen? Vergiss grünes Licht, Johnny. Wir sind auf uns allein gestellt. Was ist mit Captain Price? Price ist nicht hier, oder? Der alte Mann kann uns nicht helfen. Diesmal nicht. Sicher. Ich traue dem Captain. Er wäre hier, wenn er es wüsste. Pass auf, wem du traust, Sergeant. Die drei stehen, wir können am meisten verletzen. Scheiße, das ist ein Hund. Aber ich muss dahinten vermutlich vorbei. Was zur Hölle ist da oben los? Ich sehe ihn da. Hast du den Hund im Käfig gesehen? Großer Karl, wenn er bellt, erschieß ihn und verschwinde. Flieg nicht auf. Du bist herzlos, Simon. Autsch. Ich hätte gesagt, wir müssen hier lang. Wie ist die Lage? Bin draußen. In einer Gasse. Bleib am Rand und sei unauffällig. Verstanden. In dem Material mal wieder. Vielleicht kriegst du was zum Angeben hierfür. Ein Orden. Brustgold. Ich verdiene was. Du wolltest doch einen Sieg. Glückwunsch, du hast gewonnen. Ach, zur Hölle mit dir. Da war ich schon. Okay, dann anders gesagt. Fick dich. Schon besser. Die zwei haben sich echt gern. Die Kirche ist im Norden der Stadt. Mit Paraffin. Ich bin auf Scharfschützenposition im Kirschturm. Finde den Weg dorthin, dann schaffst du es vielleicht. Okay, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Ey, ihr kennt doch nicht einfach alle erschießen hier. Graves treibt Cops zusammen. Er ist jetzt Richter, Geschworener und Henker. Soll ich denn da einfach in die Läden rein? Ich weiß gerade jetzt nicht, wohin. Ich glaube, ich möchte mal in das Gebäude rein. Dann werden wir ihn hier mal ablenken. Doch eine Flasche. Wasche geworfen. Hät super funktioniert. Moment. Okay, schneller. Okay, bin emuladen. Okay. Alles ruhig. Kommst du jetzt zu mir bitte? Was zum Teufel war das? Ich seh mal nach. Nach mit der Maske. Hand an Koma. Also voll. Hab ich dir doch erklärt. Also gut. Wir scheinen von Zollchen. Wir rötetragen. Fuck. Fuck. Ich weiß nur, das ist ein Typ in einem Kleid. Geil. Cool. Das ging mal gründlich schief. Nice. Ich finde hier eine scharfe Waffe. Ja. Hm. Ich wollte mit der scharfen Waffe haben leider Besitzer. Alles ruhig. Aber jetzt kommt der Typ von hinten wieder, oder? Habe etwas Wachs gestohlen, Lieutenant. Könnte nützlich sein. Kein Zeichen von Ihnen. Warte. Jetzt nicht. Und wo ist er jetzt? Status quo. Sicher. Versteht jetzt da an der Tür. Da unten ist auch noch einer. Hab ich dir doch erklärt. Also gut. Scheine von Zollchen, die Röchelt haben. Die nennt man Kills. Ich weiß nur, das ist ein Typ in einem Kleid. Also hier geht's nicht weiter. Dann müssen wir also da vorne irgendwie rauf. Alles sicher hier. Wie können wir dich am besten ablenken? Oder gehen wir hier rein? Ah, das ist das andere Haus da. Uh, Chemikalien. Ich habe Chemikalien gefunden. Mit ein bisschen Wachs wird eine Rauchbombe draus. Eine giftige Ablenkung. Krank. Gefällt mir. Ihnen aber garantiert nicht. Schenk. Wunderbar. Alles sicher. Worte. Gute Jagt. Okay, schauen wir mal. Brecheisen. Rauchbombe. 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 Wo soll ich denn die einsetzen? Ich würde dich hier gerne ablenken. Ich würde mich hier gerne ablenken. Was zum Teufel? Mögliche Bedrohung. Da unten wäre es auch weitergegangen. Weg ich bei dir. Oh, ein Wurfmesser. Nice. Fehlt dir ein Messer? Mehrere. Ich habe, glaube ich, eins gefunden. Einige der toten Shadows gehen auf mein Konto. Du bist hier lange gekommen? Auf meinem Weg zur Kirche. Und hast mich zurückgelassen? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. So viel zu niemanden zurücklassen. Schwing einfach deinen Arsch zur Kirche. Ich will nur, dass du am Leben bleibst und heil herkommst. Einer von uns muss das überleben. Bin dir wohl ans Herz gewachsen, was? Nicht im Geringsten. Hast immer noch viel Boden vor dir. So, aber das Messer. Warum kann ich das Messer nicht ausrüsten? Okay. Ich sehe das jetzt direkt bei der... Was haben wir hier für Geschenke? Umsatz. Wer sucht, der findet. Was hast du? Schwarzpulver. Nett. Das könnte interessant werden. Eine Mausefalle. Müsste doch nützlich sein. Überraschend nützlich als Abzug. Um etwas auszulösen. Ganz genau, Johnny. Kein Luftschlag, aber es wird genügen. Äh, okay. Deine Miene. Das ist echt dörty. Ja, Lieutenant. Die Shadows werden gleich aufgemischt. Hört sich gut an. Hat eine Stolperfalle gebastelt. Mein Herz weint vor Freude. Ein beängstigender Gedanke. Du lernst schnell, Johnny. Ja, wir haben ja noch mehr Materialien. Ich habe Klebeband. Sehr nützlich. Zum Geschenke verpacken? So zu sagen. Behalt es am besten. Ähm. Ich gehe aus, bevor ich... Ah, das geht jetzt nur mit der Lampe an. Er ist auch zappendustert da. Oh, da ist Licht. Wo kommen wir jetzt... Äh, wo sind wir jetzt? Ah. Ich weiß wo. Oh, er steht, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie bei den anderen dreien hier vorbei. Jetzt hoffentlich weggegangen sind. Oh, Flasche. Ich seh mich doch. Außer, ich geh da in die Gasse rein. Das mit der Bombe. Wiener ausrüsten. Ah, das wäre dann E. Ich mache mir hier mal Kuh. Was zum Teufel? Wolke vorstum sichern. Hm. Gebet ist sicher. Ähm. Scheiße. Oh, jetzt ist sie da vorne. Hier ist nichts. Scheißen Dreck. Probier mal die Rauchboppe. Ich weiß grad jetzt echt nicht, was ich machen soll. Oh, ich hätte sie ausschalten können. Nice. Äh, scheiße. Ich hätte sie ausschalten können. Wo bin ich jetzt? Guter Fund. Wie das mit dem Ausschalt? Ich hätte nämlich gerne eine Waffe. Der hin. Da bist du. Doch, eine Flasche. Geil. Ein Shadow weniger. Nett. Hab seine Waffe. Gute Arbeit. Du kommst voran in der Welt, Johnny. Wähle deine Ziele und Schüsse weiser, Johnny. Waffen machen Lärm. Ein Königreich für einen Schalldämpfer. Nutze das, was du hast. Klug. Das ist der Trick. Hier könnte was sein. Was zum Teufel war das? Ich glaub, der kommt jetzt hier rein. Auch nicht. Was zum Teufel? Kein Zeichen von Ihnen. Na, wo bist du jetzt? Ja, alles ist super. Hin. Was zum Teufel? Kannst du mich hören? Ja. Alles klar? Alles ruhig. Warte. Auf. Fuck. Okay. Wir gehen hinten rum. Umholen und ziehen. Wir haben mehr Munition. Ach man, hätte ich das gerade noch früher gemacht. was gefunden, ja genau. Für das, was du deine ganze Zeit da stehst, ne? Oh, er steht aber schlecht da. Glaube, das wird nix. Könnte ihm aber ne Flasche da rauswerfen. Was zur Hölle? Scheiße, was soll das? Ich glaub, ich hab hier was. Oh. Hast du mich? Wir sind hier. Wir sind hier so aus. Ja, komm. Was zum Teufel? Nice. Und? Munition? Nice. Dann werden wir die beiden jetzt erstmal los. Und haben dann endlich hier ne Wache. So, und jetzt kommt die Mine mit Rauch. Toll, jetzt ist die Mine hier. Ähm. Habt ihr das jetzt echt nicht gehört? Ah doch, da kommt jemand. Lauf schön auf die Mine. Ah, und. Nice. Scheint so. Halt weiter die Augen auf und komm zur Kirche. Hi. Fühlt sich weiter. Der Knüpp ist Turmultion. Ein bisschen wackelig, Sir. Ja. Graves wollte uns töten. Wäre kein Wunder, wenn du etwas durchhängst. Finde einen Stim. Der gibt dir einen Schub. Stim. Okay. Ab ins Wasser. Diesmal. Leben da mal mit Schmerzen. Schiff, wie blöd da draußen. Wie war das? Es regnet sehr stark. Dann sag das doch. Hab ich. Regen ist gut. Verwisch deine Spuren. Der Rinn aber auch. Konzentrieren wir uns auf dich. Ich kann gerade Brecher essen machen. Du magst mich also doch. Ich mag dich lebendig. Ah, sieht so aus, als hätte man hier ins Haus reingehen können. Oh, shit. Wow. So was machen die jetzt hier auch noch in den Wohnungen. Alles klar. Kann ich das denn entschärfen? Aber ich kann das nicht lösen, ne? Hier unten. Okay, das hat geklappt. Kann ich dich jetzt mitnehmen? Sehr schön. Nice. Da sag ich nicht nein. Jetzt sind wir im Geschäft. Ghost. Soap. Hab ein Stolperdraht an einer Schrotflinte entschärft und die Waffe genommen. Öffne damit Herzen und Katze, Johnny. Macht hier so Geräusche. Johnny, Graves legt eine Nachtschicht ein, um uns zu finden. Wieso? Graves befolgt Befehle. So oder so. Das hier alles ist der Fall. Das hier alles ist eine beispiellose Scheiße. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Präzise und tödliche Schüsse lösen gewöhnlich solche Dinge. Im Augenblick sind wir hier nicht sicher. Im Augenblick sind wir nirgendwo sicher, Lieutenant. Das fühlt sich jetzt an wie... Wer suchet, der findet. Komplett andere Spiel jetzt so mit der Mechanik. Wow, das ist auch ziemlich gemein. Aber ihr könnt sie nur... Oh, Munition. Windmaterial. Was macht dieses Geräusch? Gott sei Dank ist das kein Horrorspiel. Sonst würde ich mir echt Gedanken machen. Oh, was zum... Kann dir leider nicht helfen. Soll ich zurückgehen nochmal und das Ding aufmachen? Ah, ich glaube ich lasse es. Oh. Andererseits. Ach, hier war es. Ja, natürlich verschlossen. Äh, Brecheisen. Naja. Oh, Adrenalin. Guten Abend, Mexiko. Ja, jetzt ist alles ein bisschen schneller hier. Okay. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Tschau, tschau.